Ja, moin und hallo. Captain Thomas Moore ist zum Ritter geschlagen worden. Captain Thomas Moore ist ein 100-jähriger Kriegsveteran, der in der Nähe von Cambridge wohnt und vor ein paar Tagen hat ihn die britische Königin, 94-jährig, zum Ritter geschlagen. Warum? Nicht, weil er besonders erfolgreich im Ersten und oder Zweiten Weltkrieg gekämpft hätte, sondern weil er sich mit Corona auseinandergesetzt hat und weil er hier tätig geworden ist. Captain Tom hat das Gesundheitssystem in England nachhaltig unterstützt mit einem Spendenlauf in seinem Garten mit seinem Rollator. Die Idee war, vor seinem 100. Geburtstag 100 Runden durch den Garten zurückzulegen. Eine Runde hat 25 Meter, macht 2500 Meter. Ein sportliches Programm für Captain Tom, was er aber als Spendenlauf organisiert hat. 600.000 Menschen haben da zugetan, haben Geld gegeben. Am Ende sind 36 Millionen Euro rumgekommen für NHS, also für das Gesundheitssystem in England. Warum ist das so großartig, was er da getan hat? Neben der Geldsumme und neben dem Blick für das Gesundheitssystem ist großartig, dass er die Not und die Gefahr erkannt hat, die mit Corona einhergeht. Und dass er entschieden hat, hier möchte ich handeln. Und es gibt einen Beitrag, den ich leisten kann. 100 Runden auf 25 Meter durch den Garten. Und so hat er es getan. Am Anfang hat er gesagt, 1000 Pfund, das wäre super, wenn die zusammenkommen können. Am Ende ist es so viel mehr geworden. Da sehen wir, verantwortungsvoller Blick auf das, was geschieht, ist etwas anderes als Ballermann-Geschehen, sondern das ist der Blick zum Nächsten in die Weite und dann passiert eben so etwas. Und die Menschen tun mit. Insofern Sir Captain Tom, herzlichen Glückwunsch zu diesem Ritterschlag und auf die nächsten 100 Jahre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017